Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Babel Badewanne Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Happy Bable 18122 Blanschbecken. Da die Happy Bable Badewanne aufblasbar ist, ist sie extrem leicht. Dadurch können sie es bequem auf Reisen transportieren. Vor dem Gebrauch werden die Seiten und der Boden aufgeblasen. Dadurch sitzen die Babys extrem weich. Der Hersteller empfiehlt, ab einem Alter von 12 Monaten zu beginnen. Dadurch soll das Baby selbstständig sitzen können. Das Baby-Bable-Anschbecken ist mit seinen Massen von 85 x 85 x 33 cm für die Dusche geeignet. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Chip-Hoop Walmobi Badewanne. Die Kinder-Badewanne Chip-Hoop hat die Form eines Blau- oder Grau-Weiß. Die Einlage besteht aus einem zweilagigen Netzmess mit verstärkter Polsterung an den Rändern und kann als neu geborenen Bett verwendet werden. Sie können den Sitz aufrollen und als Rückenlehne verwenden, wenn ihr Kind größer wird. Ältere Babys sind in der Lage, sich ohne Hilfe in der Wanne zu halten. Der Innenraum des 70 x 48 x 29 cm großen Produkts ist relativ begrenzt. Auf Platz 3, haben wir der Baby-Darm-Badewannenverkleinerer. Die Firma Baby-Darm geht mit ihrem Badewannenverkleinerer einen einzigartigen Ansatz für die Babywanne. Das Gerät ist 65 x 9 x 28 cm groß und verkleinert ihre vorhandene Badewanne, so dass sie ihr neugeborenes, kleinkind oder älteres Kind in einem separaten Raum baden können. Das spart Wasser und sorgt gleichzeitig für ein sicheres Badevergnügen. Das Reduzierstück besteht aus elastischem Kunststoff, der an drei Seiten von einem dicken Gummiband umschlossen ist. Dieser Gummi schließt die Seiten und den Boden der Wanne ab, so dass sich das Wasser ausschließlich auf der kleineren Seite sammeln kann. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Baby-Badewanne mitgestellt. Elternfreundlich ist die Babi-Kajo-Badewanne mit Standfuss. Beim Baden ihres kleinen Schatzes schont die angenehme Höhe ihren Rücken. Darüber hinaus bietet dieses Set einiges. Der Metallständer ist 90 cm hoch und kann bis zu 60 kg tragen. In der Babi-Wanne finden Sie 40 Liter Wasser, so wie Ihr Kind. Es besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist 86 cm lang. Die meisten Dinge sind zirkulär. Ein Baby-Badesitz ist ebenfalls im Set enthalten, damit sich die Kleinen beim Baden entspannen können. Das Paket kommt auch mit einem Badetermometer. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Stoke Flexibat XL. Diese Stoke Baby-Badewanne mit ihren großzügigen Massen von 82 bis 56 bis 24 cm kann ab der Geburt bis etwa 6 Jahre verwendet werden. Polypropylen-PP und thermoplastische Elastomerit bebilden den Stoff, der ihn flexibel hält. Er lässt sich bis zu 10 cm breite zusammenfalten und mit einer Schließe verschließen. Der Boden und die Seitenwände sind transparent, während die Knicke mit blauem Gummi überzogen sind. Die Badewanne ist stabil, da sie mit Wasser gefüllt ist. Für kleine Neugeborene kann eine separate Neugeborenen-Einlage bestellt werden. Beim Baden sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung für einen stabilen Halt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UBDATE-Kanal zu abonnieren.